Wir sind hier in Willingen in der Ferienwohnung Witte und ich bin Bianca Witte und ich vermiete zusammen mit meinem Mann diese Ferienwohnung seit 2012. Die Wohnung hat 64 Quadratmeter. Sie bietet Platz für vier Personen. Sie ist allergikerfreundlich und auch kinderfreundlich eingerichtet. Wir haben auch auf Anfrage ein Kinderreisebett und einen Hochstuhl. Wir haben auch eine Waschmaschine, einen Wäschetrockner, eine Einbauküche mit Geschirrspüler ist vorhanden, Herd, Backofen, Mikrowelle, ein Badezimmer, ein Balkon ist auch vorhanden. Hier kann man mit der Seite auf den Edelsberg fahren und in Willingen ist eigentlich für jedermann was dabei. Hier kann man Urlaub mit Kindern und Familie machen, hier kann man Aktivurlaub machen. An unserer Ferienwohnung steht Ihnen auch kostenloses WLAN zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017